Yo, was geht ab Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, heute mit meinem Broody Sandro am Start. Was geht? Heute nehmen wir eine Runde, zwei Hände, ein Controller auf. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, das wird so heftig Leute. Und deswegen haben wir uns überlegt, wenn es richtig gut ankommt, das Video so, ich würde sagen, bei 8000 Likes, wenn wir 8000 Likes schaffen, nehmen wir nochmal eine Folge auf und zwar Blackout. Also wir versuchen zu zweit an einem Controller Blackout aufzunehmen, also eine FFA-Nuklear. Die Serie kam jetzt auch zwei Wochen nicht mehr, ich denke mal, ihr habt richtig Bock drauf, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schaut bei Sandro vorbei für die FIFA-Challenge mit Bestrafung. Wurde auch richtig nice, gönnt es euch auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt und dann würde ich noch sagen, viel Spaß mit dem Video. Yo, es geht ab Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, heute mal mit Brody Sandro am Start. Heute machen wir mal zwei Noobs, ein Controller. Oh mein Gott, warte, geh ins AIM, geh ins AIM, geh ins AIM, geh ins AIM, bleib im AIM, bleib im AIM, guck, oh shit, geh ins AIM, geh ins AIM, Warte, FILIP, 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 FILIP! Mach Ma, hau, hau dröhnen. Links, 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 die kommt links. Lauf, lauf, lauf. HitAns! HitAns! Nível! Hahahaha WTF Alter was war Alter was war Ich geh jetzt weiter los Schieeeee Alter was Komm das war doch mal Der hat sich gedreht Oh das ist Alter Das war der heftigste Lachflash aller Zeiten Alter ich hab schon Pipi in den Augen Ich hab den anderen noch bekommen Alter wir haben einfach Double Turn On gegeben Was geht denn? Links aber Links Links Was? Hä? Was geht bei ihm? Da oben im Haus Links 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 Hahahaha Nein Oh mein Gott Alter was geht denn ab? Geh ins Aim Wo ist der? Hahahaha Wo ist der? Hahahaha Da oben Diese Moves ey krass Warte leg dich hin Leg dich hin R1 R1 Oh da kommt noch mehr Rechts links links Hahahaha Alles klar Alles klar Komm wir machen Last kill Safe Nice Nice Wieder hoch Jetzt Los Nein 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 Oooooooohh Juhl Alter Holy shit Alter mit dem Jumpshot Alter Wie steht mir? Wie steht mir? Wie steht mir? Wie steht mir? Ja das geht auf jeden Fall Alter aber die erste Szene so Boah das war so krass Boah das war so krass Die war heftig man L1 und R1 Drück bitte Drück bitte Digga Sandro Es geht nicht Es geht doch nicht Hahahaha Geh da hoch Jetzt drück das bitte Bitte drück es jetzt Es geht Wir flashen die Danke Guck Noooi Alles ist gut Alles ist gut Alles ist gut Nichts ist gut Nein Hahahaha 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 Alter Willst du dich eigentlich kacken Alter Scheiße Oh mein Gott Oh Mann Wer hat diese fucking Nate nicht gewählt Hahahaha Hätten die alle gewählt Oh Mann ey Komm Nochmal Links Ich hab ihn nicht gesehen Digga Den Furen Manni Den Furen Manni Den Furen Manni 3 2 1 Ok Lauf links Links Hahahaha Du willst Fing Er ist guckt Deine Mann was jetzt meine Scheiße Scheiß drauf Digga Wir müssen jetzt hier richtig Dinger das ist äh Das ist nicht da Geh ins aim Hahahaha Das ist wichtiger Alles klar Lauf darauf Hey, wollen die uns eigentlich? Oh no, oh no, jetzt zeig ich mein Able Oh shit, oh da kann man reichen Was da war? Nein, oh nein Er hatte seinen Nahkampfstacheln Nahkampfstacheln R1 und pass auf Geh rein Geh da hin Chill 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 Hä? Okay man, wir sind so scheiße in der Runde Komm, wenn wir jetzt noch eine geile Sache machen, dann haben wir wenigstens irgendwas was wir reintun Nein, nein, nein Links, links Lauf weg Was? Lauf da hin Lauf da einfach hin Sandro, bitte Bitte Ah, er hat wieder mit seinen Nachkampf Die kommen da, die kommen da, die spawnen da Jetzt einmal ins Aim gehen, bitte Einfach nur ins Aim Lauf Einmal nachladen Jetzt einmal ins Aim Rechts, 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 rechts Da Lauf Links Wir kommen von hinten Wir kommen von hinten Ich bin so nervös, Mann Ich bin so nervös, Digga Ich war noch nie so nervös in meinem Leben Oh mein Gott Mach eine, noch eine, noch eine Hier unten Mach eine, noch eine Oh mein Gott Yes, Digga Komm, wir machen doch Streaks Mach Drohne raus Shit, Digga Oh mein Gott Wir gehen ganz außen rum Ich war noch nie so nervös Leg dich hin Leg dich hin Ein bisschen, dass wir was sehen, Digga Tut dann Ich will, ich will, ich will, ich will, gehts Aim, gehts Aim Wir legen uns hin Bleib Gets Aim Gets Aim Gets Aim, Digga Wir kommen doch jetzt Gets Aim, Digga Bitte, lieber Bitte, lieber Oh no Ja, die brauchen Geist raus Noin, jetzt kommen die hoch Noin, wir brauchen, wir brauchen Abbie Wir brauchen Munition, Digga Gets Aim, Gets Aim So warte jetzt werden wir den packen geht ganz aus und bitte wir brauchen auch wie kommen oder unterhalten eigentlich noch vom geistern haben wir obi wir haben auch so wie warte mal warte 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 mama warte kommt heraus lauf lauf dass du noch konzentriert jetzt das gruppe lustig als gruppe los kommen bis 20 links 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 der ist unten der ist unten chill chill geht da geht da los lauf 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 geh weg geh weg lauf weg naja warte da ist noch einer geht's aim ich geh zähl Digger oh da krieg ich Digger oh da 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 unten da unten oh mein gott wir hatten 20er stream oh Alter krass 35 10 ich würd sagen Digger gib die hand Junge oh mein gott geh mal bitte warte wir müssen noch beenden ok Leute das war's auf jeden fall mit dem Video ohne Witz 35 10 20er Streak wir haben mit wir haben zwei hände benutzt für einen Digger oh mein gott so krass mal wie wir 20er streak fast nuklear gemacht zu zweit lass doch hier auf jeden Fall einen Daumen nach oben da ich würd sagen ohne Witz 8000 likes mindestens ohne Witz dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen schickt das auf jeden Fall euren Freunden Alter versucht das auch mal schreibt dann in die Kommentare wie ihr das irgendwie gepackt hat ob wir vielleicht sogar eine Nuklear geschafft hat oder so und da würde ich sagen schaut auf jeden Fall bei Sandro vorbei ja richtig nice wir sind jetzt fast bei 10.000 wenn ihr mich unterstützen wollt könnt ihr das gerne machen genau schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei und lasst auf jeden Fall dafür einen Daumen nach oben da und dann würde ich noch sagen haut rein bis zum nächsten Video und Ciao bis zum nächsten Mal